so was geht youtube kalt 69 am stil so lange nichts mehr gehört von mir ist lange kein video gekommen ich war ja jetzt eine zeit lang ohne mono somit auch ohne internet und ohne dies das ich hatte meine konsolen untergebracht meinem kumpel so jetzt habe ich noch neue bude läuft auf jeden fall als nächstes hoffe ich dass mein internet kommt aber es müsste ja jetzt da sein da ich ja das video hochgeladen habe und ich habe mir jetzt extra für die zeit bis mein internet kommt ein spiel geholt was ich offline zocken kann und da habe ich mir überlegt was holst du denn hier was holst du denn hier offline oder so die kampagne ist für den arsch wie ich nicht zocken habe ich mir Deadpool geholt und ich würde sagen ich habe den film jetzt auch von gott und guckt Deadpool so jeden fall geiler film sehr empfehlen wer so und ich würde sagen wir gucken uns den quatsch erstmal blablabla 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 das muss man es kaum sehen wenn ich das so wie sie es ist fertig BAM so kam Buckner unser Held ist dabei sein er rückt sich wahnsinnig zu entspannt bis plötzlich ans kript erscheint aha den skript den lese ich jetzt aber ich vor den kann ich selber lesen dann ziehen wir uns das mal ein ach so hier gibt es noch Schwierigkeiten ultra guter all geternahm genetisch überlegen jetzt diesen modus wenn wir noch kampf und frei spielten aus und auch wenn wir noch ein Video sehen wir mal BAM ich befördere einen Gegner in die Luft und bedenke den Abzug und den Wohlballer so und sie holt es denn jetzt mal rein also ich habe schon mal ein bisschen was davon gesehen von dem spiel Deadpool es ist Logan Peter Della Pena von High Moon Studios you know the guy you kept calling dickhead when you cornered me in the parking lot the other night anyway I looked over your proposal not gonna pretend I understand any of it the answer is no we're gonna pass on you pig we're gonna pass on you pig he said no that was our chase of being our own video game maybe you should have written the proposed in prayer relax you know he's gonna call back oh yeah because of the hey Peter haha you know again remember when I called you earlier and told you no haha that's a joke because I didn't get you i oh i nice Alles klar. Schauen wir uns ein bisschen an. Ich habe jetzt zwischendrin die Musik mal ein bisschen leider gemacht, weil ich nicht weiß, ob man mich hört. Schaut mal. Es ist wieder minderwertig auch, ne? Ach so, mach aufstehen. Ich bin nochmal im Ton ein bisschen rumgedeert. Ich sehe das leider nicht selber, das ist das Problem. Alles klar, wir haben schon zwei Trophäen gekriegt, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. So, schauen wir mal. Disco, ich will nicht Disco. Disco, Disco. Gitarrensturm. Ich komme mit dem Gitarrensturm. Ja, geht. Okay, geht da ein Stück noch mehr. Hier war der Räume, muss ich. Pizza Time. Ja, hier ist es. Hä? Kann ich nicht, es hat gekriegt. Scheiß drauf. Wir kochen jetzt erstmal was. Bam! Smells like victory. Und haut es einfach weg. Da hab ich mit Deadpools Kragen gespielt. Ah, was ist hier? Mach ich grad noch was. Öffne die. Ist gar nicht stritt. Schiezen. Öffne die verdammte Tür. Wissen Sie? Öffne. Sind Schränke, verdammte Axt. Das ist denn hier. Da war noch was im Blüttrank. Bier. Trinken. Komm, wir sind auf'n. Geil, zum Kühlschrank will ich auch. Da kommt gleich ein neues Bier. Alles Lags auf dem Schick erscheint ein neues Bier. Ich will auch so einen Kühlschrank. Kann ich mich zusagen? Ne, der ist nur kurz vor. Ich lebe verdammtes Bier. So, der kann ich betrunken, woher. Hüttchen stehe. Oh, ist doch der Rocky. Okay, hier hinten geht der Warnung weiter. Was ist der Nummer eins? Hier ist ne Bubbe. Da ist ja gar ne Bubbe. Aus geht's eigentlich. Sie schaut immer so überrascht. Boxen? Scheiße geht nicht. Internetseil. Da guckt dann schon wieder Porn aus. Hoffentlich. Du weißt, warum ich das Internet liebe? Denn es ist nur wie ich. Oh, da sieht man ja gar nichts. Ja und ja. Komm, es reicht jetzt hier. Wie soll ich euch zeigen, dass ich euch einen von meinen in den Ring. Ich weiß nicht, warum ordentlich ist ein Asenal der Hund. Ich hab mal die Hälfte geschafft. X-Men? Okay, also ins Bett können wir auch nicht. Ich gehe jetzt erstmal an die Tür. Ich hoffe, das ist die Tür. Wunderwäsche. 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 As I suspected. Words. Everywhere. Lame. We should read some of them. Fine. Scene one. Dark and stormy night. Headbull is contracted to kill media mogul Chance White, who is blah 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 ditty blah blah. Don't be that. It is that. Ah, Krayon. Very classy. Why are we trying to kill What's-His-Face? Who cares? I'm making art here. Behold! Hm, I'm not sure the player understands our thinking. Hey, player, just go with it. We are about to change your fucking life. Bring the noise! Mach ma. Ich kann jetzt anfangen zu zucken in die Tür. Kann auch nicht zu ziehen. Du kannst nicht lesen. Hey, there's some text. Bios is not. Habe ich doch frei. Doppelspur. Yeah. Doppelspur. Wie zu birg da ist, weiß ich auch nicht. Schlagen. Ok. Find. Let's go. Habe ich nicht mehr. Ich werde mich verschocken. Ich will nicht die aber 2-1-18-19-1999-1999-1999 diehle. Ich werde mal nicht mehr hören hören mi oder ich werde schon. Ok, ich werde jetzt noch zwei-2-9-1999 diehle. Ich werde noch zwei-1-1899-1997. 4 4 5 5 5 5 Ich hab' den B-Bi mal geschmissen und kann die wegbegeben! B-Bi-Bi 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 Wenn er nicht angegriffen werde Das ist Konrad, wie bei Batman Wurde man ein und das doch Kommt ruhig an! Okay, wir get it! Let's do's now! Let's move on! Das zeigt, dass du zwei Schwachs! Ein cooles Bees! Yeah! Inderagieren. Inderagieren, das Puh. Ne Hüpfburg, ich hab ne Hüpfburg. Muss ich da die Schuhe ausziehen oder das ist mein eigenes? Yeah, Jumping Jack. Boing Boing. Boing Boing Boing. Kann der auch nichts? Hier kann er nicht. Und kaputt geht's auch nicht. Aber hier geht's weiter. Weiter geht's. Vor allem macht es sich aus, als ich drehe mich richtig auf. Yeah. Bam. Da ist ein Mensch. Schleichen. 3, 2 und 3. Bam. Boah, er hat mir die ganze Rüge weg, Alter. Komplett. Ja, aber da hüpfen wir erstmal ein bisschen durch die Gegend mit der Puh hier. Drücke, um mit Verbesserung zu kaufen. Verbesserung. Hier ist eine neue Verbesserung. TP. Mehr Schaden. Hier. 80.000. Das ist ja hammer, hammer hart. Hammer, hammer hart. 20.000. 200.000. Was ist denn das? Absorbiert Schaden von Treffern. Absorbiert Schaden von Treffern. Brauchert ist alles eben gut. Das ist ja übend. Okay, wir gehen erstmal weiter, gucken wir uns mal die ganze Welt hier an. Grafisch ist es schon mal keine übelste Herausforderung. Aber es ist ja komisch. So geht das schon klar. Du 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 du. So, begib dich rauf und spring das Loch in die Decke. Darin springst du dann alles klar. und die 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 auch es war noch gut jetzt wurde ich auch sonst noch ein bisschen so ist die Steuerung so nicht gut Batman. Finde ich. Kühlspunkt. Hä? Yeah. Von der Wand abgestoßen. Ist da hinten noch so ein Punkt, ne? Okay, weiter geht's, weiter geht's. Ich will den Pool. Ich will Metzeln. Ich will Leute verprügeln. Das ist so langweilig hier. Und Walljumps. Ah ja. Bam, bam. Voll ein Gangster. Durchbruch. Ich hab ich eh die ganze Zeit schon mal. UBIT! Hier. Yeah. Hier geht's nicht. Doch. Oh, haben wir es jetzt endlich geschafft. Die Böken. Viertel Stunde hat man schon. Wir machen eine halbe Stunde voll, oder? Für die Videos. Ja, sonst haben wir in die Hose machen wir das. Böken. Oh, Böken. 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 Ich bin nicht der einzige. Ich bin der einzige. Weh die eine große Filme, der in den Früchten, den Früchten, den Früchten. Am ich? Okay. Droddel in sich. Gib sie. Kommt ihr ihr Droddel. Bam, bam, bam. Da ist meine Frieden hoch. Och, damn. Was the hell ist going on, Jens? Ich stehe auf ihn drauf, der hände ich eigentlich vor Blöckmachung. Oh, Arm abkackt, da liegt ja der Arm, da liegt ein Bein. Das ist geil. Dann gucken, da fehlt alles. Was ist das überhaupt? Ach, Tacos! Kein, mach was! Da ist wieder, der hat übelst die Körbe deine Runde, das ist ja geil. Tod, Junge. Munition gibt's auch umsonst. Hier war da was. Ich schlug dich ab, die ihr wechselt. Ach, das ist Munition. Jetzt weiß ich, die sind nicht mehr voll. Kachin! Wow. Oh, ich schließe. Durch die Körbeгляche ! Wap?! 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 Ta cosea. Ja, boi! Wap?! Wap?! Hey, hab ich wohl schon eingekillt? Alarm noch mehr, jawohl, ich mach nur ein Blatt. Komm, ey, grüttel. Ich hab's in meinem Haum, ey, ich hoffe, das war's. Ich mach dich frei, die Blatt, ja. Ich denke immerzu, da ist jemand bei den Sprechblasen. Ja, da weiß ich uns das Ding in seinem Kopf oder so. Vorhin haben sie gesagt, ne? Geh in den Wartungsraum und fahr das Ding runter. Wo ist der Wartungsraum? Shoot the red box. Shoot the red box. Shoot the red box. Bam. Teinten. Voll erwischt. Bam. Teinten, Alter. Ach, ja. Ratte. Komm um die Ecke und klotz, Junge. Ich mach dich Blatt. Ich mach nur Call of Duty-Stoe. Bäm, Junge. Oh, die Falle mal so schnell um. Auf der Combo kriege ich wohl extra Geld oder was? Ich bin nackig. Da hinten gibt es einen Wannungsrand. Ich bin voll nackig, Alter. Jetzt heilt er sich langsam wieder, oder? Kann das sein? Ja, was sieht so aus? Ich hab sogar den Anzug mitgehalten. Sehr gut. Was ist mit ihm? Ich drücke L1 nochmal an, das geht nicht. Na doch, das geht auch nicht. Was ist das? Billy? Was ist das? Ich kenn's nicht. Die Granade. Die Grenade. Was ist das? Du sprichst du. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Und was muss ich hier machen? Komm her. Hallo. Hier in dem Stück. Interagieren. Ach so, ziehen. Jetzt sagt es doch mal einer. Okay. Okay. Gehen wir mal zurück und schauen uns mal. Nicht jetzt. Du gehst 1 im X. Oh, bam. Komm du musst eisen deine Momente und close dich rein. Sonst du vor der Anzeigen greifen. Wir kriege doch. Okay. Vor den reißen einfach dritte gucken. Hä? Was geht da? Ich bin dritte. Ich mache Gegner. Manche Gegner. Ich bin auch vom Kognierem. oder. Aber. Ich denke, das Gegner zu. Genau, ich kann mich durch die Gegend blicken, ich kann ja nicht blocken. Da ist das weg. Hach, hab ich das. Wird sein. Ich hab heute nicht geblockt. Du Himmel. Genau, schlagt Alarm, ich will noch mehr nieder mehr zählen. Das ist mir ein Rumpi, das ist geil, Alter. Die Hand zurück. So, dann hinten. Rechte oder links. Hey, du Lappen, ich mach dich blöd, meine Stimme ist irgendwie voll im Arsch. Scheiße, ich hab keine Muni. Muni, ja. Spaß. Da ist Muni. 28 Schussball. Der ist einfach in die Wand reingebockt. Mal hier rein. Jawohl. Jetzt haben wir doch alle, oder? Jetzt hast du die Besser mit Waffen, also mit Schwerern. Alter, ist mir jetzt knapp. Oh mein Gott, das Monument noch machen wir nicht richtig so. Oh mein Gott, das Monument noch machen wir nicht richtig so. Yeah, bang bang bang. Alle vernichtet. Yeah. Das macht für dich. Was denn hier jetzt? Oh. Geil, du kloppig. Das mit Knarre ist schon ein bisschen sehr einfach, finde ich. Ich hab mal 24 Minuten. Hey, hey, this is my jam. Aufzeichnen du spielst? Gar nicht. Ich hab mal da, wenn du speigst! Ich hab mal da. Ich hab mal da. Ich hab mal da, wenn du bliebists. Ich hab ja da keine Knochen. Ich hab mal da Probleme hier. 3, 3, 2, 1 So ein Fenster schießend Da haben wir uns vor Angst in die Hose gemacht Finde einen Weg zurück ins Gebäude Uh, wer da ist Alles klar Da klingelt er das Handy schon wieder Punkte Muss ich wieder hoch? Da kann ich bestimmt hoch Jawohl, doppelte Wallchamps Ich glaube da wo es grün ist Hüpfig Da wo es grün ist nicht So gehen wir nochmal hier hin Jawohl, da ist rot Da ist grün Sitze Bäm Spiel verstanden Ok So bestimmt Bäm 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 Ich nehm jetzt da ein Abo. Meine Stimme ist heute ein bisschen scheiße. Ich werde jetzt erst mal das Video hier beenden, werde aber danach gleich weitermachen. Das heißt, meine Stimme wird im nächsten Video genauso scheiße sein. Ja, und in diesem Sinne sage ich Wiederschauen und Reingehauen.